Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Niederkassel. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1694 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017